Dieser, das ist so ein dreckiger Camper. Oh, da kommt der nächste. Komm, wir können mal zugucken hier, was die machen. Zwei Typen. So, der will jetzt den killen, ne? Da rennt er einfach rein, der ist verrückt. Habt's, beide tot! Junge! Ey, das ist, ich muss den Stream immer high rote gameplay. Ah, wie geil! Der erste Typ hat den so low geschossen, dass ich den direkt töten konnte, ey, mit einem Schuss. So, der Typ hat den airdrop gelootet, das war der. Jetzt kann ich da hingehen und mir den airdrop-loop holen. Hahaha, wie geil, Junge! Jetzt können wir hier gemütlich reingehen. Danke für den geilen Loot. Jetzt gucken wir mal, was der Typ hier mitgenommen hat. Erweitertes Magazin. Guck mal, da hier so eine Schnellwäsche. Hier, also nochmal einen Dreierhelm. Wer hat ja gar nichts tolles. Wer hat ja gar nichts tolles. Oh, da oben ist ja noch einer. Oh Gott! Oh Gott! Erschrocken. Oh Gott! Ah! Ha! ich habe bestimmt im haus was wollen die denn alle hier hallo wir haben hier ein ganz schönes stück vor uns das ist schon klar und zeig dich im jungen alt feige schweine mal diese feiglinge ich will aber los laufen habe jetzt keinen bock hier schlechter ist man junge learn to play bitch da wusste ja nicht mal wo ich bin dachte er hat mich gesehen er hat mich doch beschossen vorhin so wusstet ja nicht wo ich bin man andere mei ach guck da was drinnen ist da war bestimmt schön einer oh nö noch nicht das da was macht er denn was ist denn das eigentlich für eine waffe jetzt kann ich ja den mist nicht mitnehmen was ist denn das für eine waffe die mk ding ist da weißt du es ist das hier wo 对 wo Da habe ich zwei Snipers, das ist scheiße. Geht das da drauf? Ne. Ich habe die Waffe noch nie benutzt, die ich da jetzt neu habe. Die habe ich noch nie benutzt. Die kann man auch auf Auto stellen, okay. Also ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist, die ich da gerade benutze. Wir müssen das mal hier abhauen. Irgendwie. Der wird uns gleich wieder beschissen. Da ist er nämlich schon wieder. Haha, Lucha. Danke, das Glück ist mit mir. Jetzt wird er von hinten beschossen. Hey, wie geil. Oh Gott, was geht denn? Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, ey. Ist wie die SKS. Eine schöne DMR. Das ist eine dicke Wumme, ja. Und willkommen Schaufienmann. Schön, dass du mal wieder da bist, ey. Wie geht es dir? Hab ich lange nicht gelesen. Ich habe den, das ist die Neue, ne. Die muss übelst fett sein, oder? Glaube ich. Eine ziemlich krasse Waffe sein. Voller mir jetzt mal hier Schmerzmittel rein. Oder wir holen uns den Buggy. Wer ist denn das noch? Ach, der ist ja gleich hier vorne. Ah, ich habe keine Deckung. Das ist scheiße. Null Deckung, da müssen wir contesten. Mir geht es auch gut. Ja, danke für deine Nachfrage. Mir geht es gut. Stream ist zwar ein bisschen leer und so, aber ansonsten geht es mir super. Umzug ist soweit fertig. Nur noch die Stube fertig machen, dann hat sich das endlich erledigt. Und Player an uns läuft der Ultra gut. Ja, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Jetzt sieht er mich nämlich von da oben. Ach ne, da ist er. Na ja, gut. Das ist ein ganz schönes Stück. Nicht so wild. Dein Maul und Stopp, Mann. Ah, die Dreckschweine, ey. Jenny, müssen die mich anschießen. Habe denen doch überhaupt nichts getan. Oder? Habe ich denen irgendwas getan? Ey, gestern war so ein schlechter Tag im Player an uns. Heute ist so richtig, bin ich so, ey, ich weiß nicht. Ich bin heute irgendwie übelster Motherfucker. Es tut mir leid. Vielleicht das liegt wahrscheinlich an meiner neuen Maus und Tastatur. Ich bin endlich eingespielt oder so. Ich habe keine Ahnung, Alter. Das geht heute scharf hier, ey. Das ist echt nice. Das macht Gaudi so. Oh Gott, die Zone ist richtig dreck. Ich würde gerne mal die neue Waffe ausprobieren, aber du hättest die letzte Runde sehen müssen, Schaufhin. Kommt auf YouTube. Oh Gott, die geht ja immer gar nicht. Ah! Loll! Störb, Junge! Die kann man nicht auf Automatik schießen, ne? Ha! Wie ich denen Axt gemacht habe gerade. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ich sehe noch jemand. Der ist voll durch den Zonenrand gedonnert. Gibt es nicht? Ich glaube, da ist auch keine Schweine, ne? Ich kann hier ganz entspannt lang chillen. Die Next Zone. Junge! Ja, für alle, die neu eingeschaltet haben und länger nicht da waren, äh, ich bin, habe jetzt, bin kleiner Twitch-Partner. Ihr könnt subscriben und so. Und man kann jeden Monat jetzt Produkte von Titanwolf bei mir gewinnen, weil die sind mein Sponsor geworden. Diesen Monat gibt es da Maustastatur, Mauspad von Titanwolf im Wert von 150 Euro. Und da gibt es ab sofort jeden Monat was zu gewinnen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen, wenn ihr wollt. Also insofern ihr mich so krass unterstützt wollt mit subscriben und so. Mal halt ums Gesagtsam. Okay, das ist ganz schön weit weg. Oh, warte mal. Die Zone ist AIDS für mich. Die Zone ist gerade richtig AIDS für mich. Hier sind sie noch. Ich und acht andere. Ich habe hier keine Deckung, Alter. Ich könnte den Buggy noch nehmen. Oh Mann. Sehen da den Hügel. Einfach den Hügel als Deckung. So ist er wie. Kann man sich hier so so hinpimmeln, so hier. Wollen wir ein bisschen aufpassen. Da ist ein Drop gewesen. Wird noch jemand. Spucken wir uns mal voll mit dem Mist. Ein Sub kostet bei jedem gleich. Du kannst subscriben einmal für 5 Euro, für 10 Euro und für 25 Euro. Und das ist dann ein monatliches Abo. Heißt du kannst dann, bezahlst dann jeden Monat 5 Euro an mich. Das kannst du aber auch wieder abbrechen, das Abo, wenn du irgendwann sagst, okay, ich mag den du doch nicht mehr. Gucken. Es ist halt quasi, also ich sage immer, man followt, weil es einem gefällt und man sub, weil man angekommen ist auf dem Channel. Es ist schwer auf die Entfernung zu treffen. Es sind nur noch drei Leute. Ach einer da. Einer, der da. Und einer bei mir. Ja lol. Einer ist noch hier bei mir irgendwo. Es sind nicht mehr viele. Es sind nur noch die, die zwei. Okay, einer muss hier vorne sein. Und der andere hier vorne. Mal so irgendwie, ne? Doof, dass ich hier nicht in der Zone bin. Und doof, dass ich den Typen nicht sehe. Ich weiß, ich muss weiter. Ah, ich werde sterben, Leute. Ich weiß, wo der andere ist. Ach der ist da hinten. Ich höre nicht. Der schießt auf den. Da unten ist der irgendwo. Entweder ich täusche mich. Täusche mich. Ne, da ist er. Und zweite Runde in Folge, Alter. Ich habe die letzte Runde gewonnen und die Wieler, Junge. Was geht? Ist das geil? Was geht denn heute? Ab mit mir, Junge. Zwei Runden in Folge. Easy, Junge. Easy würde ich sagen. Jetzt bin ich selber. Vielen Dank.